Ritterte Pille, ich knarre in der Fote. Was ist nun mal die beste Startwaffe? Die beste Startwaffe ist der Raketenwerfer für dich. Da steht noch dahinter, die Katze und Baby fliegt sich noch ein, weißt du? Ich bin gerade so schulschiefes Katze und ich bin auch ein. Na wo ist denn der Sven? Hier ist er, hier ist er. Ja wo ist denn der Sven, genau? Da ist eine Schweinerei. Ja wo war denn der Sven? Ja wo ist denn der Kevin? Wo ist denn der Markus? Der wollte mich boxen. Irgendwie hatte meiner auf einmal keine Waffe mehr. Das ist richtig wahr. Das krieg ich gerade nicht eingeschissen. Was, du kriegst dich gerade nicht eingeschissen? Das ist ja eh klar. Das ist doch nicht wahr, weißt du, der steht. Baby. Ähm, ja gut. Stuttgart. Hallo. Ich bin sowas von tot. Habe ich überhaupt eine Kommunikation? Ne. Das ist doch nicht wahr. Alter, man kommt voll ins Gefecht rein und sch- zack! Abo! Alter, ich meinte, der schießt beim Umfallen noch. Alter, die KIs gehen hier voll ab. Äh. Nein Markus, böser Markus. Die KIs gehen hier voll ab mitm Verkehr, ey. Oh, du hast doch die Antioces. Oi, neue Auszeichnung. Schrottflitten-Clues. Äh, warum bist du bei mir gerade teleportiert? Ja, das kanns. Hauptsache, ich werde später meine Munition für NPCs. Immer noch, immer noch. Ich geh ja nicht vor, aber kann das sein, dass wir- Oh, nein! Du bist mit der Personisch. Was ist denn mit dir falsch? Das ist doch nicht wahr, Alter. Du störe, ey. Du hast die Sterbe. Oh, mit Panzerung. Nein, falsch! Aua! 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 Warte, Munition, alle. Geh weiter. Nein! Das ist nicht nur von dem Schuss NPC, aber gezielt und gefahren worden. Oh! 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 Baby, jetzt lass mich doch mal einmal anleben. Das ist doch nicht wahr! Nein! Ich will doch nicht auf! Schnell mit der Pistole klargemacht. Oh, Hedgealt regelt! Der Satz war übrigens falsch, denn du musst sagen, Baby, jetzt lass mich doch wenigstens einmal. Da musst du aufhören. Das... Jetzt bin ich hier falsch. Die Kämpfer hat gerade über den Zaun gespruckt. Ich... 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 Ich will gerade nicht meine Runde. Einmal ein ähnliches Mal in deinen Rehen. Mal muss ich... Aua! Zurecht. Ich mach was zu essen gleich. Ja, also hör auf den Hund zu gucken. Nein. Kriegst du jetzt zurück? Das ist doch... Das ist doch... Das ist doch... Ich habe keine Munition. Komm, komm! Oh! Oh! Das kann von sofern dann die Shotgun! Nein! Oh! Oh! Ey, die Autos, die gehen mir lang auf den Tyroschroch. Ey, Baby, Shotgun ist deine Waffe, ha? Geht so. Ich bin eigentlich jeder Stuhengewehrtyp. Aua! Ich weiß nicht, wo du bist. Wo du bist. Gegen einen Baumfest. Das ist doch nicht wahr, Alter. Der schießt nicht mehr einfach. Null. Ich will nicht sorge, aber irgendwie... Ich krieg keine Munition. Ich bleib bei Null. Null drehen. Das ist nervig. Hä? Was für ein Bug, Alter! Du bist direkt vor mir drüber geklettert und die Animation zeigte dann rechts vor mir. Keine Ahnung, hatte ich gerade keinen... Kannst du nicht mal Munition sammeln? Au! So. Bei mir ist aber auch relativ knapp grad mit der Munition. Ja, aber du hier nicht findest? Was? Hey, hast du halt was? Oh, ja. Ja. Aua. Ich wollte ihn jetzt endlich mal nehmen, weißt du? Nein! Hält doch! Ich wollte dich nicht. Aber... Mensch, ich wollte doch den Cheater. Jetzt lass mich doch mal in Ruhe gehen. Ich hab' das abgeteilt. Das ging runter bis zu tiefen. Wir sind doch alle eine Familie. Alter, wirst du fast vom NPC hier umgerucht. Keine Teilen, wenn er da jetzt macht. Oh, wer war denn das jetzt so? Nein! Hau ab! Aua! 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 Ich bin grad erst gespawrt, weißt du? Boah, es verdient zu sterben. Zu Recht. Ich hab' das nicht stehen dicht. Boah, nicht so effektiv ist das nicht. Einfach immer näher ran gehen. Der muss ja nicht deine Gorge. Der war auch noch mittelisch im Haus. Da hängt noch so'n Scheiße... Ne, hinter mir. Oh, keine Waffen, Alter. Musst wegrennen und findest nicht. Wirst du mich grad die ganze Zeit vermisse? Den wir langen hatten. Wo ist das Baby hin? Ja, wo ist es denn die Kleine? Hast du keine Lust mehr? Mag die das Kriegspiele nennen? Die hat nen Mund voll, das ist nur höflich. Aua! Diese scheiß NPCs, geh mir nicht aufm Eier, Alter. Aua! Komm mal da runter. Ich kann einfach nicht mehr machen, ich hab keine Waffen. Aua! Aua! Au! Wie du jetzt mal auf den Zaun legst! Ey, jetzt überfahren schon die NPCs. Die haben wir die ganze Zeit schon. Ey, was soll ich denn machen? Friesen. Ja, ohne Waffen. Ach, Gemi. Da müsste sich doch jemand einreißen. Was stimmt mit dir, Junge? Ach, das war scheiße NPC. Ich dachte mir, was ist denn das? Ja, das ist ein Schreiner. Jawohl. Ja, schießt jeder jeden über den Haufen, ne? Gefühlt, ja. Der hat nen Lange, wenn du das vergnügen hab. Das war so viel. Du brauchst die ganze Zeit, ich hab dich schon vermisst. Ja, ich krieg aber auch momentan nix geschissen in dieser Runde. Was ich meine. Definitiv nicht. Ja, hast du mal auf die Leute abzuknallen? Wenn ihr irgendwelche Waffen sammelt lasst. Scherzhaft! Ich schwöre, ihr seid ja alle ganz schön aggressiv hier in dem Spiel, ne? Ja, das verlangt das Spiel von uns. Ich hätte gerne Moonen, ich hätte gerne Moonen. Hör mal auf! Hör mal auf, jedes Mal auf mich zu schießen. Das kann doch wohl nie wahr sein. Beide. Du warst einer aus der Lausbude, oder was? Du warst einer aus der Lausbude, oder was? Meinschels, kletter doch, du Lappen. Der zielt ihn auf den Kopf. Der zielt ihn überall hin, aber nie auf den Kopf. Oh, mit der letzten Kugel im Magazin. Ja, ich kann doch nicht mal was machen. Ah, wir haben mich pre-fired, alter! Aua! Wieso fällst du? Hä, du bist bei mir hingefallen! Hey, Baby! Oh, wieder da! Grüß dich! Das ist nicht wahr. Zweifels wurde ich neben dem. Aua! Ich hab' noch mitgenommen. Aber ich hab' noch! Ich hab' noch mitgenommen! Ich hab' noch mitgenommen! Ja, wo mir das Gefühl, wir schießen uns alle gegenseitig übern Hau auf einer auf einer Pinner zurückschrieg. Ich hab' keine Ahnung, wo ich hinschieße. Ach, die gehen mir die scheiß NPCs auf die Eier! Ich hab' auch den Mann, den schießt der auf dem NPC! Oh, da ist jemand vom Haus gefallen! Ich hab' noch runter! Nur die, ich hab' Angst! Ich hab' Angst! Ey, der schießt nur auf die NPCs! Ja, fünf dann! Dich, ey! Uff da, ey! Wie, was ist denn jetzt die nächste Runde? Weil da müsste ich vor kurz fünf Minuten pausieren. Müsst du nie mit mir reden! Markus, was hast du denn jetzt als nächste Runde? Ich weiß nicht, oder? Was? Ja, man hat das heute lustig! Ich fad' sich lustig! Oh, ich bin doch noch Vorletzter! Schön! Ich bin wieder Letzter! Aber Punkt gleich! Ah, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8er Baujahr! Passt! Ja! Och! War schon jetzt meine Plänchen da! Kling auf der See! Tschau! Es tut ich wieder. Irgendwie! Wir setzen auch auf den Hippstation auf wo��면 mit dem.